Er war ja ein Vater, von dem ich als Kind immer Angst gehabt habe, irrsinnige Angst. Es hat sich erst wirklich im Alter, nach 30 oder wahrscheinlich, wo ich eigene Kinder hatte, gelegt, diese Angst vor ihm. Wann musst du weg? Nein, wir haben noch eine Stunde Zeit. Nein, aber wir müssen ja noch in den Park gehen. Prüstehst du auf dem? Bitte. Ich kann nicht mehr spazieren, das habe ich dir dreimal erkannt. Ja, aber wir gehen ja nur fünf Meter, zehn Meter. Und was ich nie in der Natur jetzt machen würde, soll ich da vorführen, vorführen. Das geht mir am Weg. Ich will einen Film über dich machen, quasi als Tochter über einen Vater. Es ist ein bisschen ein Abenteuer, was daraus wird. Ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt, weil etwas Fremdes das geht. Aber in der Familie, das kann ich mir kaum vorstellen, wie man das schafft. Aber bitte. Ganz genau. Bin gespannt auf das. Genau. Was heißt es für dich, an Schwarzenberg zu sein? Ich glaube, es gibt Menschen, mit denen er schon eine intime Beziehung hat, wo er sich vollkommen wohl fühlt. Aber gehörst du dazu? Nein. Bis zum nächsten Mal.